So, interagieren sie mit Ruderbooten. Ja, das mache ich doch gerne, dann muss ich nämlich nicht schwimmen. Ja. Ja, ja. Ach, scheiße. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wachs zu tauchen, wäre eine nette Abwechslung für uns. Und das ohne Händlern und der gleichen Gewalt antun zu müssen. Na, welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Und komischerweise... Find ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Was ist denn mit dem Wind wieder los? Ich kann leider nicht auf... Doch, jetzt geht's. Jetzt kann ich auf Super Pursuit Mode schalten. Endlich. Die nehmen wir natürlich mit. Ja, für den tut's mir leid. Einmal Metall. Ja, Leute, jetzt bin ich reich. Ja, für den tut's mir auch leid. Den hätte ich gerne aufgenommen. Aber da hatte ich den Befehl schon gegeben. Ja, ich weiß. Ich muss wieder aus dem Sichtkegel bleiben, ne? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Mach nochmal langsam. Da ist so ein verkeimtes Fragment. Wenn ich doch gerade in der Nähe bin, nehmen wir das doch mit, oder? Nein. Weiter fliegen. Kommt. Nur weil ich gerade in der Nähe bin. Sonst muss man wegen so eines Fragmentes hier wieder hinsegeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlau ist, was ich tue oder so, aber keine Ahnung. Aber seit wann halte ich mich an sowas wie meine eigenen Regeln oder so? Wann mache ich überhaupt mal was Schlaues? Ich weiß, ich weiß. Wie geht's denn mit meinem Schiff? Oh, nee. Jetzt sag bloß, ich kann das nicht. Du bist in der Mission. Du darfst jetzt nicht. Oh. Das finde ich ja immer ätzend, ne? Das war doch nun wieder nicht notwendig, oder? Das glaube ich auch. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd legt. Ich mach das. Wo sind wir denn sicher? Wir sind mitten in sämtlichen Kegeln dieser Erde. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder so einen Wind. Wetter, Wetter, Wetter. Was soll ich denn machen jetzt? Soll ich die das Riesending jetzt angreifen? Hinter mir ist einer. Da ist einer. Ist die das oder ist die das jetzt nicht? Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Nein. Und Auge in Auge halten wir nicht lange durch. Ne, das glaube ich auch. Hörst du mich, Kenwood? Bleib auf Distanz. Schlagen zu, wie Zeit günstig ist. Zum Schutze der Dunkelheit. Nein, das könnte es kommen. Großsegelreffen. Hol die Marssegel ein. Was ist jetzt? Mehr Segel, alle Segel! Setz Hauptraum- und Marssegel! Mhm. Nehm die Rahnen aus dem West! Die Segel aufgreifen! Ich glaube, wenn ich da jetzt vorfahre, kriege ich Ärger, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Du hast keine Chance, da durchzusegeln, weil von allen Seiten Schiffen kommen und die dich auch wahrnehmen. Aber wehe, du schießt auch nur eine Kanone ab. Bloß nicht. Wir segeln mal ein bisschen an das dicke Ding ran. Vorsicht. Monsterwelle. Was denn? Pass mal auf, du besoffener Pirat, wo du hin willst. Wie lange muss ich das jetzt machen? Und die wird jetzt vom Blitz getroffen. Und alle sterben. Oder was? Ja, wir beschleunigen mal ein bisschen. Damit wir auch an diesen dicken Pott wieder drankommen. Segeln schön hinter denen her. So eine Art Ghost Ship. Das schlechte Wetter ist mit Sicherheit gescriptet. Oh, wir mogeln uns da dran vorbei. Jetzt macht das Ding eine Kehrtwende. Jetzt muss ich hier wieder aus dem Schatten raus. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hinten. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal ein Shanty singen. Ich kann es leider nicht beschleunigen. Ich wüsste nicht wie. Ich muss also dem Schiffchen da vorne hinterher. Ganz gemütlich. Treibt da einer im Wasser? Die nehmen wir natürlich mit, ne? Also ich finde, das ist selbstverständlich. Bei so einem Wetter, wer da noch auf dem Meer ist, den muss man doch retten. Das ist ein skrupelloser Hund. Ein alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Einhol! Okay, also das Mörser-Zielgebiet. Wenn sie unter Mörser-Beschuss liegen, zeigt ein Kreis auf dem Wasser das Zielgebiet an. Ein gelber Kreis. Warn vor tödlichen, äh, möglichen Treffen meiden sie dieses Gebiet. Sobald der Kreis rot wird, nehmen sie Schaden. Wieso habe ich so das Gefühl, dass ich... Einhol! Lippt nach Mörsern! Gib mir etwas Wacht! Ja, das nehme ich ja wahr. Ja, das nehme ich ja wahr. Das ist gut für uns. Was? Was ist denn? Hört doch mal auf, mein Schiff anzugreifen. Feuer! Ja! Achtung! Einschlag! Feuer! Feuer! Ein Wrack mehr! Feuer! Ja! Ja! Feuer! Hüte auf den Grund! Feuer! Feuer! Hüte auf den Grund! Feuer! aber es segeln zu dieser insel ich kenne sie eine natürliche festung gehört einem franzmann namens die kasseljahr du kannst der templar der name stimmt musste nicht dass ein titel hat ich kenne den mann und wenn er mein schiff sieht kennt er es womöglich noch aus havannah und fragt sich vielleicht wer sie jetzt segelt das ist zu riskant und ich will die galleone nicht verlieren lass uns nachdenken vielleicht warten es ist dunkler ist wo wir an bord gehen ok ich habe gar nichts davon gemacht da bin ja zufrieden was muss ich denn für schwere kugeln noch mal machen ist hier noch irgendwas auf dem wasser dann drehe ich mal rum komm schön drehen 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 ist das ein wetter es muss natürlich jetzt eine riesenwelle kommen da ist doch kein spaß hier was ist denn wetter gott können wir uns irgendwie besänftigen w Das war's für heute. Wir versuchen mal ein Enter-Manöver bei dem Wetter. Das müssen wir tun. Warum habe ich denn jetzt kein Zielkreuz mehr? Hallo? Wo war denn mein Zielkreuz? Ja, wir müssen auf jeden Fall gut, dass wir es gemacht haben. Wir müssen auf jeden Fall das Schiff reparieren. Das sieht ja aus. So, das ist weg. Wir drehen einmal bei, um... Ich möchte aus dem Wetter raus. Das finde ich jetzt nicht so schön. Das zerstört gerade so ein bisschen meine Romantik von der Karibik. Ich meine, ich weiß, dass auch da natürlich mal Schiedwetter ist. Oder mal ein kleines Wirbelstürmchen oder so. Aber das jetzt ist ja auch wieder... Ich weiß nicht. Da wird man ja beim Zugucken schon... ...seekran. Holz und Stoff. Achtung, Riesenwelle, Riesenwelle. Segel, rechten laut aus der Vöhn. Rein in die Welle. Nicht so weit. So. Halles Segel, Bewege auf! Obacht! Feuer! 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 Wer wollte ich denn haben? Die Fregatte, ne? Nee, habe ich jetzt wieder gekriegt. Hör doch mal auf. Bist du irre? Ja. Ich will euch ja nichts, aber fehlt da nicht irgendwas? Wie zum Beispiel die Anzeige des Schiffes, wie viel Schaden es genommen hat? Feuer! Feuer! Haltet euch fest! Feuer! Fyre! 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 warte 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 machen wir gleich wo ist ja meine fregatte die will ich als allererstes mal entern bei dem wetter ist das aber kein spaß ja gucken wir uns gleich an macht euch bereit ein schweren kassen ja die hauptsegel lasst mir sie einschmecken ja 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 Nein, ich will keinen Seilschwung. Ich brauche jetzt mal meine Angaben hier. Der Fluch des Piratenpack! Der Fluch des Piratenpack! Der Fluch des Piratenpack!